Bobby, komm heute Abend zum Essen. Dich erreicht man ja immer so schwer. Ist alles in Ordnung, Junge? Schau mal wieder vorbei. Bobby, wir freuen uns immer auf dich. Wir vermissen dich. Nur eine Stunde. Habe ich was falsch gemacht? Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Ich möchte versuchen, durch alle Stellen durchzukommen, an den Wänden bewegt werden. Ist es nicht nett? Wie ist es? Wunderbar. Nein. Traum. Ist wirklich süß? Ist wirklich süß? Und so komplett und so gemütlich, Herz an Herz, am Herz, ohne Angst, bereit. Herz an Herz, am Herz, in Söhnemfluss der Zeit. Feiner als der Buddy, I know Ha, die, ho, el, el. Ha, die, ho, el, el. Das lässt du mal.